Der Impfzwang als angeblich alternativloser Weg aus der Pandemie als Gamechanger verordnet, er ist gefallen. Die Lockdowns, die vor einem Jahr im Lockdown für Ungeimpfte ihren perversen Höhepunkt erreicht haben, heute sind sie bei uns Geschichte. Und Ausgangssperren, Maskenzwang, Testzwang, Quarantäne, Contact Tracing etc., all das, was für viel zu lange unser ganzes Leben dominiert hat, erscheint heute beinahe schon unwirklich. Und trotzdem, so sehr wir uns alle diese Normalität und die Freiheit, die volle Selbstbestimmung wünschen, so achtsam müssen wir auch weiterhin sein. Warum ist das so? Weil die Übeltäter der Covid-Maßnahmenpolitik und ihre Handlanger nach wie vor in ihren Positionen sitzen. In der Politik, in der hinterliegenden Netzwerkorganisationen wie dem WEF, in der Gesundheitsbürokratie, in etablierten Medien und vieles mehr. Und das, obwohl ihre Manipulationen, falschen Versprechen und Irrtümer längst aufgedeckt wurden. Aber es gibt keine Einsicht, keine Läuterung und keine Entschuldigung gegenüber der Bevölkerung. Ganz im Gegenteil erleben wir weiter Sturheit, Unbelehrbarkeit, Überheblichkeit und vor allem Macht und Geldgier. Die Strategie und die Pläne dafür, unter Vorspiegelung des Gesundheitsschutzes ein totalitäres Gesellschaftsmodell voranzutreiben und zu etablieren, sind ja nach wie vor existent. Und nicht nur das. Das Problem einer umgebauten Gesellschaft, der neuen Normalität, eines neuen Systems der Unterordnung, wo eine kleine, selbsternannte Elite einer kontrollierbaren und damit steuerbaren großen Masse vorschreiben möchte, was sie zu fühlen, zu denken, zu sagen und zu tun hat, während sie selber keine Moral kennt und Profit daraus schlägt. Das soll uns weiter als erstrebenswerte Zukunftsvision schmackhaft gemacht werden. Immer neue Bedrohungen werden von den Eliten aus dem Hut gezaubert, um die Menschen in Angst, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit zu halten. Und die einzige, die alternativlose Erlösung soll dann immer darin bestehen, dass Menschen sich den Eliten unterwerfen und ihre Selbstbestimmung, also ihr Heiligstes, aufgeben. Was für ein Frevel!